Leiden Sie unter Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen oder Ischias-Beschwerden? Entdecken Sie Rebalancing in der Praxis für ganzheitliche Massage in Bremerhaven. Dieter Giesler bietet eine speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Behandlung mit Tiefengewebsmassage, Joint Release, Gelenkmobilisation sowie kalifornischer Ganzkörpermassage und japanischer Gesichtsmassage. Steigen Sie Ihr Wohlbefinden. Jetzt Termin vereinbaren. Untertitelung des ZDF, 2020